Hi und willkommen bei meinem Fusion 360 Tutorial. Heute zeige ich dir, wie du Texte in 3D extrudieren kannst. Zusätzlich zeige ich dir, wie du diese Texte auch auf gebogenen Oberflächen extrudieren kannst. Viel Spaß bei diesem Video. So, zuerst erstellen wir eine neue Konstruktion. In dieser Konstruktion werden wir eine Skizze erstellen. Als Grundfläche nehmen wir ein Rechteck. Hier ist die Breite und die Länge erstmal egal. Wir extrudieren das Ganze jetzt. So, wenn wir jetzt den Körper erstellt haben, dann werden wir über Text und der ausgewählten Fläche unser 3D-Text erstellen. Dafür klicken wir in dem Fall eine Position an, wo wir den Text haben möchten. Danach können wir über dieses Fenster einen Text eingeben. Zum Beispiel 3D-Druckwelt. Und wir haben die Möglichkeit die Höhe, den Winkel, die Schriftart anzugehen. Wir können das Ganze auch noch umkehren. Wenn wir fertig sind, bestätigen wir mit OK. Jetzt können wir das manuell nochmal verschieben. Und über Extrudieren können wir bereits den Text als Körper darstellen. Ich erstelle jetzt mal einen neuen Körper. Jetzt können wir dem Ganzen auch noch eine andere Darstellung geben. So, jetzt können wir die Schrift besser unterscheiden. Und wir sehen, wir haben eine 3D-Schrift, die aus Körper besteht. Und das könnten wir zum Beispiel jetzt auch 3D-Drucken. So, wir erstellen jetzt eine neue Komponentengruppe und erstellen wieder eine Skizze. Auf diese Skizze setzen wir einen Kreis. Und jetzt werden wir einen Text erstellen, der auf einer gewogenen Fläche ist. Das ist, es gibt hier bei Fusion 360, soweit ich weiß, keine Funktion, die das erlaubt. Oder keine Möglichkeit über 3D-Skizzen zum Beispiel das Ganze zu erstellen. Aus diesem Grund zeige ich euch einfach eine einfache Variante, wie ihr das auch machen könnt. Und zwar erstellen wir eine Skizze auf eine Ebene. Hier in dem Fall im Ursprung. Und extrudieren aus dieser Ebene den Schriftzug heraus. Das machen wir wieder über Text. Ich setze den wieder hier hin. 3D-Druckwelt. Beschädigen mit OK. Und hier haben wir wieder die Möglichkeit, über Extrusion das Ganze extrudieren zu lassen. So, wir verbinden das Ganze. Was man jetzt natürlich sieht, ist, dass wir eine Schrift haben, die aber plan ist. Das heißt, die schmiegt sich nicht der Kontur von unserem, in dem Fall, Zylinder an. Hierfür setzen wir eine Skizze auf den Zylinder. Wir werden jetzt zwei Kreise setzen. Einmal die Begrenzung für den Schriftzug und einmal mit dem Durchmesser, um das überschüssige Material wegzuextrudieren. Jetzt können wir die erstellte Fläche auswählen und können jetzt das Ganze über Ausschneiden entfernen. Jetzt haben wir einen Schriftzug, der angepasst an die Geometrie von dem Zylinder ist. Wie du gesehen hast, ist es nicht schwierig, über Fusion 360 Texte zu erstellen. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Falls du mehr über Fusion 360 oder den 3D-Druck wissen möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ciao! Ciao!